Was ist der Himmel? Der Himmel ist ein friedlicher Ort. Kommst du in den Himmel? Nein. Warum nicht? Weil man dafür ein guter Mensch sein muss. Heute vor zehn Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Solange die KI eine Bedrohung ist, werden wir nicht aufhören, sie zu bekämpfen. Dies ist ein Kampf um unsere Existenz. Was auch da drin ist, sie wollen sicher nicht, dass da jemand reinkommt. Ja, oder raus. Wir sind gleich. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir nicht gut sind. Und ich bin kein Mensch. Haben Sie die Waffe lokalisiert? Ja, es ist ein Kind. Anschneiden! Was wollen Sie mit dem Kind? Wir sind so kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Töten Sie sie, oder wir werden ausgelöscht. Sie kommen, um mich zu holen. Das ist ein Kind. Ja, es ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Dream on, dream on, dream until everything come true Dream until everything come true Dream on, dream come true Dream until your dream come true